Dieses Mal widme ich mich einer Tätergruppe, die es so gut wie noch gar nicht auf meinem Kanal gegeben hat, nämlich Auftragsmörder. Im heutigen Video geht es um 10 der schlimmsten Auftragskiller der Welt. So wie wir irgendeiner Arbeit nachgehen, um Geld zu verdienen, töten Auftragskiller Menschen. Das ist für die, so ähnlich wie im Film Leon der Profi, eine ganz normale Arbeit. Aber nicht nur der Film hat sich von den gleich erwähnten Killern inspirieren lassen, sondern auch Filme wie John Wick oder Der Pate. Das Video ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung. Ansonsten genießt den Sonntag und ich lege euch wirklich ans Herz, den Kanal zu abonnieren. Sonst wacht ihr vielleicht morgen mit einem Pferdekopf im Bett auf. Chester Wheeler Campbell ist der erste auf unserer Liste. Es wird vermutet, dass er um die 50 Menschen ermordet hat, allesamt im Auftrag gegen Bezahlung. Salopp ausgedrückt war Campbell freiberuflich tätig und hat die Morde beispielsweise für die Mafia ausgeführt. Zu seinen Kunden gehörten aber auch Drogenkartelle und andere Gangster der Detroiter Unterwelt. Im Durchschnitt verlangte Campbell rund 15.000 Dollar für einen Auftragsmord. Privat lebt er aber bescheiden. Er schlendert durch Museen und hält sich in Bibliotheken auf. Oder er lernt eine neue Fremdsprache. Im Jahr 1975 wird Campbell wegen eines geringfügigen Verkehrsverstoßes angehalten. Doch statt abzubremsen, rast er mit hoher Geschwindigkeit davon. Als er schließlich angehalten werden kann, findet die Polizei neben Heroin diverse Schusswaffen in seinem Auto. Darüber hinaus eine Reihe von Notizbüchern mit den Namen und genauen Adressen von mehr als 300 Polizisten und Regierungsbeamten. Einige von den Personen sind in der Vergangenheit sogar ermordet worden. Die Aufzeichnungen enthielten detaillierte Tagesabläufe und tägliche Rituale der entsprechenden Person. Campbell wird auf Finn vor Gericht gestellt. Im Prozess stellt sich heraus, dass es sich bei den Notizen um Todeslisten handelt, die zum Teil schon abgearbeitet worden sind. Doch Campbell ist ein angesehener Mann in der Unterwelt Detroit und hat einige korrupte Polizisten auf seiner Seite. Bereits Anfang der 80er ist er wieder auf freiem Fuß und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ein paar Jahre danach wird er allerdings wieder nach einer Verfolgungsjagd verhaftet und bleibt bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis. Benjamin Bugsy Siegel war einer der berüchtigsten Gangster während der Ära der Prohibition in den USA und ist unter anderem für den Bau des legendären Flamingo-Casinos in Las Vegas verantwortlich. Doch sein Geschäft hat nicht nur den illegalen Handel und Glücksspiel beinhaltet, sondern auch Mord. Siegel arbeitet lange für Mafia-Bosse wie Lucky Luciano und hat daher eine Reihe von Auftragsmorden durchgeführt. Darunter auch die Tötung des Sizilianers Joe Masseria, alias The Boss. Zusammen mit Meyer Lansky ist er in den 1930ern tief in New Yorks Unterwelt vernetzt und einer der Hauptkiller der sogenannten Murder Inc. Dabei handelt es sich einfach formuliert um eine Firma, die im Auftrag der Mafia Morde begeht. Die amerikanische Cosa Nostra hat die Dienste der Murder Inc. immer stets wohlwollend in Anspruch genommen. Zum einen konnten sie dadurch Morde begehen, ohne sich selbst die Finger schmutzig machen zu müssen. Und zum anderen wurden dadurch potenziell problematische Personen aus dem Weg geräumt, die schlecht fürs Geschäft waren. Das Geschäft schien gut zu laufen. Als die Murder Inc. von einem Informanten der Polizei entlarvt worden ist, konnte sie zweifelsfrei mit insgesamt 70 Morden in Verbindung gebracht werden. Die Dunkelziffer dürfte aber weit über 200 liegen. Viele der Morde hat Bugsy Siegel selbst begangen. Doch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verlagert Siegel seine geschäftlichen Interessen. An einem Ort, der fast nur aus karger Wüste besteht, namens Las Vegas, lässt er ein Casino erbauen. Die Geldmittel dafür sind fast ausnahmslos von der amerikanischen Cosa Nostra bereitgestellt worden. Doch Bugsy Siegel verkalkuliert sich. Das Casino wirft keine Gewinne ab und es machen sich Gerüchte breit, die besagen, dass er hohe Geldbeträge veruntreut hat. Sein Todesurteil. Die Mafia-Kommission und allem voran Lucky Luciano beschließt, Siegel aus dem Weg zu räumen. 1947 wird er beim Zeitunglesen auf der Couch in Beverly Hills von bis heute unbekannten Tätern erschossen. Noch bevor seine Leiche kalt ist, betreten einige Mafiosi das Flamingos in Las Vegas und sagen ganz ungeniert, der Laden gehört jetzt uns. Zu welcher Metropole Las Vegas sich dann unter der Führung der Mafia entwickelt hat, brauche ich euch nicht zu sagen. Charles Harrelson ist für zwei Dinge berühmt. Er ist Vater des dreimal für den Oscar nominierten Schauspielers Woody Harrelson, der beispielsweise in die Tribute von Panem zu sehen war. Und natürlich, weil er ein professioneller Auftragskiller der Mafia gewesen ist. Bereits in den 60ern führt er in Texas immer wieder Morde gegen Bezahlung aus. Seinen bekanntesten Auftrag aber erhielt er von einem texanischen Drogenboss. Da der wegen des Schmuggels von Betäubungsmitteln vor Gericht stand, sollte Harrelson den amtierenden Bundesrichter töten. Und genau das tut er 1979. Mit einem Gewehr lauert er dem Richter auf und ermordet ihn direkt vor seinem Haus mit nur einem einzigen Gewehrschuss. Harrelson wird jedoch unter anderem aufgrund der Aussage eines Zeugen 1981 wegen Mordes an dem Richter zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Im Prozess kommt auch zur Sprache, dass Harrelson noch viele weitere Morde begangen haben soll. Nachweisen konnte man die ihm aber nicht wirklich. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch aus dem Gefängnis im Jahr 1995 wird Charles Harrelson in ein Hochsicherheitsgefängnis in Colorado verlegt, wo er 2007 an einem Herzinfarkt stirbt. Weiter geht's mit Christopher Dale Flannery. Er gilt als der zahlenmäßig schlimmste Auftragsmörder Australiens. Sein Spitzname Mr. Rent-A-Kill. Flannery ist nahe Melbourne geboren und aufgewachsen. Dort wird er als Teenager zum ersten Mal wegen Einbruchs, Autodiebstahls und wegen des Tragen von Schusswaffen verurteilt. Nach sieben Jahren im Gefängnis erhält Flannery einen Job als Türsteher in einem Nachtclub. Doch der Job ist ihm zu langweilig, weshalb er schon bald Morde im Auftrag der Unterwelt begeht. In den 80ern steht er mehrfach wegen Mordes vor Gericht, wird jedoch immer wieder freigesprochen. Mal, weil es keine Leiche gibt und in einem anderen Fall reichen die Beweise einfach nicht aus. Flannery ist in den folgenden Jahren dann in die Bandenkriege von Sydney verwickelt. Dabei ging es hauptsächlich um Drogen, Geld und Vergeltungsmorde. Gerüchten zufolge soll er sogar einzelnen Polizisten mit dem Tod gedroht haben. Der berühmteste Mord, den Flannery im Auftrag begangen haben soll, ist der an Tony Oistars, alias Spaghetti. Der Drogenboss ist mit Kugeln durchsiebt in seinem Mercedes aufgefunden worden. Auf dem Sterbebett fragen ihn die Polizisten, wer auf ihn geschossen hat. Doch Spaghetti hält an dem Gangsterkodex fest, nicht mit der Polizei zu sprechen und sagt zu den Polizisten, verpisst euch. Nur Minuten später stirbt er. Wie viele Morde Christopher Flannery wirklich begangen hat, bleibt aber ein Rätsel. Mutmaßlich sind es aber weitaus mehr als zehn. Doch nicht nur das ist unbekannt, sondern auch, was mit ihm passiert ist. Im Mai 1985 steigt er in ein Taxi und wird anschließend nie wieder gesehen. Man geht heute davon aus, dass er an jenem Tag selbst Opfer eines Auftragsmordes geworden ist. Ansonsten lebt er vielleicht zusammen mit Elvis Presley und Michael Jackson auf einer geheimen Insel, wie manche Aluhutträger glauben. Alexander Solonik soll ein Auftragsmörder der russischen Mafia gewesen sein. Angeblich war er auch ein ehemaliges Mitglied der russischen Spezialeinheiten und während des Kalten Krieges soll er NATO-Beamte für die russische Regierung ermordet haben. Nach dem Wehrdienst arbeitet Solonik bei der Polizei, wird aber wegen einer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt. Doch tatsächlich gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Bald darauf ist Solonik als Killer für verschiedene Mafia-Organisationen tätig. Seinen ersten Auftragsmord begeht er für einen sibirischen Verbrecherboss. Dabei erschießt Solonik einen rivalisierenden Boss. Innerhalb weniger Monate tötet er zwei weitere Mafia-Bosse, obwohl die durch Leibwächter und gepanzerte Fahrzeuge geschützt waren. Als einer von Soloniks Arbeitgebern sich weigert, ihm das für seine Dienste geschuldete Geld zu zahlen, wird der Auftraggeber wenig später selbst tot aufgefunden. Die Polizei versucht unterdessen weiterhin Solonik zu verhaften. 1994 gerät er dann in eine Schießerei, bei der er mehrere Polizisten tötet. Da er dabei jedoch selbst einen Schuss direkt in seine Niere abbekommt, kann er kurz danach verhaftet und in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht werden. Mit der Hilfe eines korrupten Wärters gelingt ihm aber auch hieraus Jahre später die Flucht. Da sein Gesicht in Russland inzwischen aber zu bekannt ist, zieht Solonik sich aus dem Geschäft der Auftragsmorde zurück und flieht nach Griechenland. 1997 wird er dann tot in Athen aufgefunden. Offenbar hat die russische Mafia dieses Mal einen Killer auf ihn angesetzt. Giuseppe Greco alias Pino war ebenfalls ein berüchtigter Mafia-Killer. Nach seinem Tod wurde er posthum wegen 58 Morden verurteilt. Es wird jedoch angenommen, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer bis zu 300 betragen könnte. Die meisten seiner Opfer waren Gangster und fast alle sind während des Mafia-Krieges auf Sizilien zwischen 1978 und 1983 getötet worden. Der Krieg hat insgesamt über 1000 Todesopfer gefordert, darunter Mafiosi, Polizisten, Politiker und Justizbeamte. Giuseppe hat sich durch seine eiskalten und völlig skrupellosen Morde weit nach oben in der Mafia gearbeitet und immer mehr an Einfluss sowie an Macht gewonnen. Zum Missfallen anderer Mafia-Bosse. 1985 entscheidet der sogenannte Capo dei Tutti Capi, also der Boss aller Bosse, Salvatore Rina, dass Giuseppe Greco aus dem Weg geräumt werden muss. Eines Nachmittags klingeln ein paar Mafiosi an Giuseppes Tür und wollen eine Tasse Kaffee mit ihm trinken. Doch Momente später töten sie ihn durch unzählige Schüsse. Während der Gerichtsverfahren nach Kriegsende wird Giuseppe in Abwesenheit wegen der Ermordung mehrerer Polizisten und Richter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Behörden noch nicht, dass Giuseppe tot ist, denn seine Leiche konnte nie gefunden werden. Erst Jahre später bestätigt die Aussage eines Informanten, dass Giuseppe Greco selbst Opfer eines Auftragsmordes der Mafia geworden ist. Harry Mayone ist ebenfalls ein Killer der vorhin erwähnten Mörder Inc. gewesen. Mayone ist in den 1920ern in Brooklyn aufgewachsen. Aufgrund seines grimmigen Gesichtsausdrucks hat er ironischerweise den Spitznamen Happy erhalten. Bereits 1931 soll er als junger Mann seinen ersten Auftragsmord erhalten und gleich drei Brüder einer rivalisierenden Gang auf einmal erschossen haben. Berichten zufolge hat Mayone während seiner Arbeit für die Mörder Inc. mindestens zwölf Männer ermordet. Die meisten waren entweder Zeugen, die gegen die Mafia aussagen wollten oder Informanten der Polizei. Am bekanntesten ist aber ein Auftrag, bei dem er zwei Männer töten sollte, die als Playboys galten. Unter dem Deckmantel eines Blind Dates lockt Mayone die zwei Männer in ein Hotel. Er selbst verkleidet sich als Frau und versteckt seine Waffe unter einem Pelzmantel. Kurz nach Betreten des Zimmers eröffnet Harry Mayone das Feuer, tötet die zwei Männer und den Hund. Die Auftraggeber, also die amerikanische Cosa Nostra, war anschließend aber unzufrieden und von Mayones Arbeit enttäuscht. Denn er sollte die zwei Männer töten, nicht aber den Hund. Im Mai 1940 endet Harry Mayones kriminelle Laufbahn. Er wird wegen Mordes angeklagt, zum Tode verurteilt und zwei Jahre später auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. George Ayala soll während der Kokain-Epidemie in Miami in den 1980er Jahren einer der Auftragsmörder der berüchtigten kolumbianischen Drogenbaronin Griselda Blanco gewesen sein. Man geht davon aus, dass Blanco, alias die Patin, einen Vertrag mit Ayala abgeschlossen hat, bei dem er mindestens 35 Menschen töten sollte. All die Morde hat er in den 70er und 80er Jahren begangen. Die Opfer waren meistens Personen, die dem Medellin-Kartell aus irgendeinem Grund Geld geschuldet haben. Ayala hat sich mit seinem Team dann gegen Bezahlung schnell um die jeweiligen Personen gekümmert. 1993 wird er jedoch völlig zufällig bei einem Banküberfall verhaftet und erst wenig später als der gesuchte Auftragskiller identifiziert. Tatsächlich kooperiert er mit der Staatsanwaltschaft und sagt gegen seine ehemalige Chefin Griselda aus. Doch der Deal platzt. Griselda und Ayala werden jeweils wegen drei Morden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie ist irgendwann nach Kolumbien abgeschoben worden. George Ayala hingegen sitzt noch heute in einem Gefängnis in den USA. Obwohl ihm nur drei Morde nachgewiesen werden konnten, soll er in Wirklichkeit rund zehnmal so viele begangen haben. Jose Manuel Martinez wird El Mano Negra, zu deutsch die schwarze Hand genannt. Im Mai 2013 ist er wegen Mordes an einem Freund seiner Tochter in Alabama verhaftet worden. Erst während des Verhörs erkennen die Ermittler, wer ihn hier wirklich ins Netz gegangen ist. Martinez gesteht, über drei Jahrzehnte lang für diverse mexikanische Kartelle Auftragsmorde gegen Bezahlung ausgeführt zu haben. Seine Opfer waren meistens Personen, die den Kartellen Geld geschuldet haben. Laut seinen Aussagen beläuft sich die Zahl seiner Opfer auf 36 Menschen. Ausgeführt hat er die Morde in zwölf verschiedenen Bundesstaaten, darunter Kalifornien und Florida. In den herauffolgenden unzähligen Prozessen sagen viele Mitglieder aus Martinez' Familie gegen ihn aus und erzählen diverse Details über die Morde und die jeweiligen Opfer. Die erste Tat soll sich demnach bereits Ende 1970 zugetragen haben und die letzte 2013. El Mano Negra können zwölf Morde nachgewiesen werden. Dafür wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Bis heute sitzt er in einem kalifornischen Gefängnis. Richard Kuklinski gilt als der produktivste Killer in der Geschichte der Mafia. Die Zahl seiner Opfer wird auf bis zu 300 oder sogar mehr geschätzt. Im Gegensatz zu manch anderen Auftragsmördern hatte Kuklinski sogar richtig Spaß an seiner Arbeit. Er hat quasi einen Weg gefunden, sein Hobby zum Beruf zu machen. Wenn man das Foltern von Katzen in seiner Jugend außer Acht lässt, hat er sein erstes Opfer im Alter von 14 Jahren getötet, indem er einen anderen Jugendlichen mit blanken Fäusten zu Tode prügelt. Mit 18 erhält Kuklinski seinen ersten Vertrag von einer Verbrecherfamilie aus New Jersey und damit war seine Karriere als professioneller Killer geboren. Bei den Morden geht er immer sehr kreativ vor. Manchmal tötet er seine Opfer einfach mit einer Pistole. Beispielsweise hat er aber auch eine tödliche Dosis Cyanid in Nasenspray versteckt. Kuklinski arbeitet später hauptsächlich für die Gambino-Familie. Er pflegt aber nur selten direkte Kontakte zu seinen Arbeitgebern oder anderen Gangstern und ist daher lange Zeit nicht auf dem Radar der Polizei. Gefasst werden konnte er erst, nachdem Ermittlern aufgefallen war, dass ein unbekannter Mörder viele seiner Opfer nach der Tat in Eis gelegt hat. Dank jahrelangen Observierungen und Informanten gelingt es schließlich 1986, Kuklinski auf offener Straße zu verhaften. Zuvor hat er fleißig mit einem Informanten der Polizei über seine Arbeit als Auftragskiller geplaudert. Für eine Handvoll Morde wurde er dann verurteilt und hat bis zu seinem Tod im New Jersey State Prison gesessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017